Ich hab mich aber schon verschluckt. Hallo! Zurück zu Nicht-Hört-Spaß und Hacke. Erstmal wieder Kylo Ren zerstört, egal welchen Verhakt den du auch picken wirst, weil Kylo Ren einfach awesome ist. Ey, äh, wir sind hier jetzt bei der Hackelstunde. Ne, jetzt bin ich ja bei Kylo Ren zerstört welchen Verhakt den auch immer du picken wirst, weil Kylo Ren einfach awesome ist. Ähm, wir hacklen heute ein Chewbacca-Kostüm. Wir haben auch schon zwei Lichtschweller dafür mitgebracht. Uns fehlt nur noch die Wolle, die hat Kylo Ren uns geklaut. Bitteaaaaaade! Ach, schön. Alter, du gehst mir ganz schön auf den Sack. Also bisher Kylo Ren, äh, Alles klar. Tobacca minus zwei. Das ist eine ganz dreische Lüge. Ähm, ich muss erstmal schauen, wo ich meine Skills alle hin hab. Weil ich hab jetzt keine... Okay, alles klar. Okay, warum kann ich das nicht mehr benutzen, aber das war hier alles klar. Alter! 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 Wenn du nach rechts läufst, muss ich nach links schlagen, Mama. So, alles klar. Also wir haben die Wolle erfolgreich zurückgerobert und auf geht's an das Wookie-Kostüm. Fuck, warum trinke ich immer die Scheiße? Und die falsche Taste. Au. Äh, falsche Taste. Okay, hier. So, nein! Gut sie! Wie! Hier wird Vernichtung... Warte kurz. So, jetzt wird hier Vernichtung geteilt werden. romo Monster Ja, komm. Ich drück die ganze Zeit Schub und der machts einmal. Ich hab schon Schub gedrückt, bevor du mich in den Woy logröpfes genäubst. Und dann machts einmal, mal genau, wenn du mich in Woy vegetaupun VERY könnte. Totaler Lappeen! Ist das Sinn... Du 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 du! das ist doch dumm ist auch gemacht, kann halt echt weder spielen, da kann sogar diesen kleinen Spasti-Jungen der hier gekillt wird von Anakin als der in den Jedi-Temple reinläuft sogar den kannst du da hinstellen, kannst du sagen hier mach mal Blitz weißt du? kann jeder alter unterlassen sie das möchtest gesnippert werden na danke da verpisst er sich wieder auf seinen Scheißring, aber ich bin da in Führung die man umrecht sieht, kein Problem wo ist er? der kleine Homo komm raus alles kein Problem, solange ich in Führung bin hat er los? fuck warum treffe ich ihn nicht? weggerannt du kleine ratte nein oh fuck oh fuck um ja genau das ist ein Lägerlich mit der Schuhe und er hat mich trotzdem umgegriffst Stilz ist eine Wachtkanal, echt nie genau spielen, Alter, da muss ich nichts können dafür Ja, nichts muss dafür können, hey, unglaublich Ich, 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 ich Ja, genau, und er gibt mir den Hit Äh Ha! Ha! Das ist doch lächerlich, Alter Warum kommt der Aufzug dich hoch? Weil ich rausgelaufen bin Vielleicht Hä, wo bist du? Warum kannst du dich im Hörgegriff und sichtbar machen? Du hast dich da runtergefahren So, jetzt kann ich mich wieder sichtbar machen, jetzt bin ich wieder voll live Du hast mich da auch runtergeworfen Aber ich bin einfach rausgelaufen und hab mich da wieder voll gehalten Oh, wo ist er? Kleine Spätzle-Bur Hä, wo zur hell bist du hin? Hä, wo zur hell bist du hin? Du hast mich geholt Danke Ich habe gedacht, dass ich dich übergegriffen habe, den war weggeworben Hör aus damit! Das hat funktioniert! Ich dachte so, ja, wenn du zwei mit uns, ich bauste mich hinter den und schaue mich einfach da runter. Das hat tatsächlich funktioniert, weil du bist noch von der Wand weggelaufen. Ja, boah. Also heute ist wirklich... Ich krieg dich heute... Okay. Okay. Ich hab dich an! Ich hab dich an! Ich hab dich an! Ja, dass du hier bist! Nein! Oh, der fuck war das Kloß! Wir müssen laufen! Da ist er! Ich hab dich erwisst! No thank you! Oh! Ich bin auf dir drauf gelandet! Alter, hör auf damit! Wo bist du? Na scheiße, ich hab keine Macht mehr! Ich hör dich! Nein! Oh, fick dich! Ich hatte keine Macht mehr, Alter! Ich konnte dich nicht wegschufen! Und dann, 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 dann! In der Führung übrigens, wie ihr oben rechts seht! Nein, ich lasse! Hm. Arig und in der Führung. Ja, du wixer! Urgh! Kein Fall-Damage! Ich bin hier nicht durchgelaufen! Ich bin hier nicht in den Mann durchgelaufen! Oh, dankeschön! Alter, du hast einen Lack, das du da grad gekickt hast. Ich hab die Scheißwaffe nicht eins an mir durften. Verdammt. Ich will immer nachladen und aktivieren dann auszusehen, mein Scheiß-Shut-Shut. Alles klar. Verarscht. Ich hab's geblischt. Ich hab's geblischt. Ich hab's geblischt. Warte noch kurz, ich muss noch einen Lebenspack. Ich hab's geblischt. Okay, so let's come up. Ich hab's geblischt. Alter, wo renncht'n du rum? Ich hab's geblischt. 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 Das war Klose. Miroslav. Das war Miroslav weiter. Nein. Ich komme wieder. Du hast eine Blüte verlaufen, oder? Nein. Komm, ich helfe dir mal hoch. Wenn man das mit Giftkiss geht. Ja, jetzt habe ich mit Giftkiss. Hab ich keiner weiß, dass du mit drin hast. Ach komm. Was? Wo macht er das? Doch, fäng dich. Okay. Kann ich auch. Hä? Okay. Du hörst dich halt einfach umschieben Scheiß drauf. Geht verrecklich, Alter. Ja, gut. Scheiße. Verschließt. Alter, scheiße. Schau mal rechts. Der Chewbacca mit den geilen Strahlen hinterm haarigen Kopf. Holy shit, Alter, da ist gerade irgendwo ein Mongo-Wohnung gehüpft. Ja, genau den Mongo, mein ich. Hm. Ja, mein nächstes wird nicht gefunden. Mhm. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ah, hey! Das kann ich auch. Das ist gut. Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. werden ich habe ich habe zu leben gebraucht das ist warte kurz Also die Steuung ist manchmal noch ein bisschen hakelig. Da kassiert er. Pick dich! Easy. Wie viel HP? 30. Ja, so viel könnte es sicher sein. Wo du gesagt hast, starker Seeder hatte ich noch 98. Ja, ich hatte mehr. Ich hatte nur Rüstung. Voll HP. Ja, du hast meine Rüstung schon runtergehauen. Rundergehauen. Rundergehauen, wie hofft du für sein Sohn? 3-3 so hart! Verlass doch den Blödsinn! Nein! Alter, nein! Schlitz! Das läuft mir nicht! Schlitz! Brrrr! Brrrr! Die Macht ist brrrr erwacht. Uh! Was sitzt er ja? Ja, ich muss wiederkommen. Oh! Oh! Ähm... Falsche Taste? Na gut. Moment kurz Leben einsammeln und dann fahr' ich wieder hoch. Schau! Schau! Komm, ich krieg dich nach Recht hin. So, wir hier noch kurz Leben ein. Na, das muss ich eh auch machen. Also, bin wir kurz einmal Handy. Du 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 Ah! 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 Okay. Okay. Ah! 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 Da kommt er nicht rein! Psst! 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 Ja, Mann! Das hast du so gedacht! Du Lampen! Aua! Wo ist er? Ah! Psst! 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 Jawohl, ich hab ihn erfolgreich verwirrt! Glaubst du? Ja, weil ich bin schon wieder sichtbar! Ja, ich weiß! Und du hattest keine Ahnung wo ich bin! Ich hab den Ding von unten abgeschossen und du bist nach oben gehüpft! Ja, weil ich wusste, dass du in den Aufzug rein bist! Hä? Psst! 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 das ist richtig stressig gegen dich, weil ich hab halt wirklich nur die Ressourcen, die ich am Anfang in den Fight mitbringen und du die ganze Zeit, ich lebe auch richtig Ja, komm, du musst losheilen und dann blöds wieder sammeln und wieder hochheilen Nein, ich schon treib mal tot, aber noch mal heilen Auf Keiner renn Keiner renn Pst Huiiii Hallo Der ist zu blöd, um da hoch zu rennen Nein, aus der Rage Wo? Alter... Mal leckst du es eigentlich hoch? Willst du es machen, dass du am Wochenende nicht hoch bist, oder? Ja, heute werde ich nicht mehr hoch nach der Rage, aber es ist zu spät dafür Einfach sagen, du bist jetzt guter, unter der Woche hoch Ne hey James Noch wasackt bei dir? Hör auf! Nu fakele! Prozent das ist das Leben und voll gut im Rennen auf einmal alles weg das ist das Spiel das macht es ja ganz interessant das war eigentlich auch nicht dunkle Macht einfach kacke ich hab dich aber überhaupt nicht mehr so viel dunkle Macht ist für Noobs, merkt euch das Kinder ich war mein Lichtschwert und die Macht ist für Noobs wenn ihr ein rotes Lichtschwert habt, dann fickt ihr euch ins Knie alle also nicht nur hier Kylo Bubi sondern auch hier äh ich bin aber nicht schon weggebrochen übrigens ich muss grad auf Macht warten oh fuck ja das war schon mit Absicht eingefahren, du Spacke ob ich das nicht check komm her okay okay ich bin auch hier drauf oh 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 Ruh Goof Nein, ich hab' gerade Zube noch am Ende Ja, genau, das ist Zube Was ist das F***? Das hat mich auch voll weggeblieben, ohne es Darf'r mit 3 HP geklickt er mich fünf Minuten lang nicht tot, weiss Ich hab' nur noch 50 HP HP Oh, shit Oh, danke Fuck! Warum flugst du so F***ing weit er hat er nicht mehr schaden gemacht weil das guckt zu selbst immer jetzt hab ich noch hab ich noch wieder 72 HP oh Gott oh mein Gott Alter du machst dir dann selber genauso viel Schaden wie ich dir warte ich hoffe ich zu verfolgen oh Gott die war scheinbar knapp so eine Pussy was was bist du? ich hab dich grad gesehen ich hab dich grad gesehen warum macht er eigentlich immer so einen scheiß Rückwärtshalte wenn ich die Wand hochrenne ich will da hoch und nicht nach hinten wegköpfen es ging auch irgendwie hab ich vergessen ja als ich es getasht hab ging das auch so aber jetzt wo ist der wo ist der ich kann mit grüner Kotze zurückführen ich kann mit grüner Kotze zurückführen hatsch wow keine Ahnung wo ich bin die Hucke die Hucke mit den eigenen Waffen abschneiden ja und du hast mich nicht kein Ziges Mal getroffen iso mal getroffen aber klar ich hab dich schon drei Mal getroffen Ah! Das ist doch so lächelig, Mann! Einfach wegrennen! Voll die Pussy! Oh Gott! Komm da runter! Komm runter! Weil ich Waffenleister bin! Keine Macht und Waffen! Matsch mal! Oh fuck! Dankeschön! Ich war in der Runde gefallen! Nein! Danke! Danke! Das ist einfach nur OP! Das ist einfach Noobs! Alles Sand! Guck! Soll ich voll in die Ecke gedrängt! Ja! Ja! Die Loops-Seite der Macht halt! Die ultimative Loops-Seite! Die ultimative Loops-Seite! Ich werde nicht der dich! Ich! Kommt nicht auf die Ecke-Seite der Macht! Ich! Ihr werdet nur noch schlechter! Ernichte dich! Jo! Packen Schlingst! Wobei du Spasti! Ja! Dann ich du! Ah! Du! Ah! Durchbun! Ah! Durchbun! Bist du Mongoren? Mögen sie sich zu erkennen! Moment, das hab ich gehört. Ich hab mir keinen Hit gegeben, mir wäre ich so schwer. Immer wenn du rückwärts leuchst. Das geht dann nicht nur weil der Rüstung und Leben einsammelt bei einem Fightman. Ja trotzdem noch 4 HP. So muss die dunkle Seite spielen. Noobseite. Fuck! 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 Alter, ich bin so auf dem Tablet. Alter. Was für ein scheiß Lacker ist das eigentlich? Ich bin so auf dem Fall. 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 Nein, jetzt geht es wieder los. Das heißt, dass ich kein Leben bekomme, obwohl ich das eingesammelt habe. Ich hab's eingesammelt. Boah, jetzt komm endlich rum hier! Ficke, alter. So viel zu Kylo-Dodge-Master, gell? Lappen. Ich hatte ein HP übrigens, mal so zur Zwischeninfo. Fun-Effect, ich war auf einem HP. Was denkst du, warum ich die ganze Zeit Dingern hatte, Machtschild? Boah! Das gibt's doch nicht! Der Zimmer... 100 HP, easy. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, ganz ehrlich, wo bist du schon immer? Fuck, falsch das Ding drin gehabt. Falsche Mord. Das ist ja voll geil gewesen, wenn der jetzt hochgekommen wäre. Und ich würde das im Prinzip auch so... ... 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 Schau auf damit! Wenn du jetzt immer Blitz bildest, sobald ich weg kann, oder? Alter, gerade Leben! Warte, wenn ich's ausmache. Boah, ich werd richtig Glück hier! Ich werd richtig durchgehalten! Scheiße, Mann! Fünfte Zeit mal wieder gesiegt, alles klar! Ups, heute! Ja!